Hallo und Willkommen zurück meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Wachbombeweite. Heißt das, dass das jetzt alles nicht sei, dass das eine riesige Sackgasse war oder wie? Ein rechteres Rückenwert, bewacht das Tor mit einem Passwort. Ein heiliges Sprichwort, der große Rückenwarte. Ja, Passwort. Rückenwert, Passwort. Woher kriegen wir das? Naja, die Welchs Liegen drücken. Wo ist das Wieser-Sackgasse? Was ist das Wieser-Sackgasse? Was ist das? Was ist das Wieser-Sackgasse? Was ist das Wieser-Sackgasse? Wechsel der Kugel, das wäre schön, die können wir brauchen. 1A. Besser kann es ja nicht laufen, wa? Okay. Dann guckt man hier nochmal hin. Freundschaftenheit. Weißt du? Dann geht es doch schon mal, oder? Einfach mal. Das ist doch die Tür. Das passt doch. Das passt doch, das haben wir nämlich, das ist unser großes Problem. Das finden wir wahrscheinlich bei irgendeinem Boss, wo sich das Fleisch rein tätowiert hat. Dann können wir uns rausrumpfen und dann machen wir uns was. Ich glaube nicht, dass die uns das einfach sagen würden. Das war jetzt alles wirklich eine einzige Sackgasse, wo wir es lang sind. Ich meine, ich rufe nicht, weil dann habe ich einen Dead End Regener, wo ich nachgucken muss. Da geht es dann und so weiter, da geht es dann und so weiter. Dahinter kommt immer noch irgend so ein Drops, der wo ein bisschen verrückt ist und der ganze macht es dann mitzuholen. Du hast du dir nicht gehört. Du hast so einen Dralen. Du hast es einmal mitgebracht. Und da geht es mir. Und dann einmal mitgebracht, dass du den David durchfällig bist. Ah, Moment, da hinten bin ich aufs Hügel dran. Dickes Kaltbluch. Ei. So muss es sein. Okay, aber das war's jetzt hier. Okay. Okay. Dann geht's ja hier nur noch, eigentlich nur noch die Treppe rufen. Schau mal, ja. Oh, ich glaube, ja. Jetzt gehen wir noch von oben weiter. Ach, hier gab's ja zwei Wege, ne? Oh, jetzt zieht man die Wärtschen. Oh, meinst. Ach, schade. Okay, jetzt kriegen wir noch die Wärtschen. Ja, ich weiß, was schon mal war. Oh, was war denn das jetzt? Oh, was war denn das? Oh, das war's. Oh, was war's? Oh, oh. das war's jetzt kothulu bist du es ok das riecht zu sehr nach vorne die Schlange wird gleich mit dem Scheiß stehen und die Eingeweide raus oder? schau schau oh Gott ist das ein Bosskamm ok ja das ist ein Boss schau 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 Ja! 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 Ewan? Ja! Null! Ja! Ja! Bo! What? Oh Mann, ich weiß echt nicht, wie ich dabei kommen soll. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe, aber bitte. Was ist denn? Was haben Sie denn gemacht? Was haben Sie gerade trotzdem gesehen? Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Fokus! Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich kann alles so gut ausmachen. Nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich weiß nicht, wie ich das so gelassen habe. Ich weiß nicht, wie du es denn selkenst. ich bin nicht überhaupt hallo hallo ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe doch nicht ich sehe doch verdammt ich sehe mich in einem gewirbel da drin stehen ich bin nicht 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 ich 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 Was ist das, was ist das? Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Hurra! Kann ich nicht helfen? Weiß irgendwie nicht. Das ist ja der B whipped cream, Waar tut... Waar vide? Herr attraktiere Lieutenant Natlin spoonist in Trennung. Wieso kommen wir invisibel bei diesen Trennic merupft? Ja, in der Zeit schon mal so drehen. Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist denn so zerfällt? Das ist doch immer... Du hast hier kaum Platz. Du kriegst doch gar nicht ihre Haare. Das ist ja zu groß von Gott. Und wenn jemand die besiegen, die ist extrem stark. Fuck. Und ich mach kaum Schaden bei ihr. Du kommst auch kaum an sie ran. Mann, wie soll man das schaffen, ey? Ich glaub, die ist jetzt noch nicht zu machen. Gehen wir erst mal in den Wald. Lassen wir doch noch an die Sehnen haben. Oh Gott. Kein Bock. Oh Gott. Keine Zeit. Keine Zeit. Vielleicht nicht. Was? Wieso steht denn der hier oben? Entschuldigung? Ich hab keine Zeit und keine Leute für euch. Keine Zeit und keine Leute für euch. Gut. Aber wie es weiter geht, wir gehen jetzt in dieses Waldgebiet hier. Nicht wahr? Ja? Ja. Hier. Neues Land. Nächste Folge. Geht's in den Wald. Pilze sammeln. Bis dahin sag ich Tschüss. Ein Dreck. Scheiß. Mistfassen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Zeit. Ich hab sag, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Zeit, dass wir hier oben zu sehen. Das war die Estado, dass ich auf jeden Fall habe.